Jetzt hat er sich gestoßen. Oh nein, doch Meri. Oh, entschuldige. Magst du? Willst du sie mitnehmen und ich stelle sie mit? Die Hand ist nämlich gerade frei. Oh nein, jetzt hat er einen Dach. Ist die nicht mehr drin, die Bodenarbeit nass? Ich steh' los. Oh, alles juckt und klappt. Ja, warte mal, du kriegst jetzt wieder hier dein Mikro hoch. Ich fühle mich, als hätte ich in die Hose geflogen. Hatte vielleicht auch. Das kannst du mir gleich geben. Digga. Digga. Jetzt hat er bestimmt eine Gehirnerschütterung. Weil er sich im Kopf gestoßen hat. Wirklich, Schatz, machen wir jetzt was. Weil ich gehült bin und er hat sich erschreckt. Komm, komm mit. Das ist aber süß, Schatz. Ja, ne? Nein, 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 du wartest jetzt mal schön. Hallo. Geh doch nicht immer einfach los. So, wie im Wilden Westen, meine Freunde. Wir fangen erst mal Pferde ein. Alle Pferde erschrecken. Also manchmal, da habe ich dich jetzt gerade geweckt, Schatz. Hä? Habe ich gerade geweckt? Komm mit. Der hat gerade vor sich hingedöst. Der hat gedacht, da kommt gleich wieder, da kommt gleich wieder so eine Wasserladung. oder irgendwas auf mich zu. Ach, ihr kennt euch, ne? Ups. Wiesenbuddies. Schatzi. Komm. Nein, war sie nicht. So. Kann man da vorbei? Ja. Okay. Okay. Jatzi. Ja? Allzeit bereit. Meine Freunde, kannst du dir ein paar Tipps holen? Aber da will keiner die schon beschnuffeln. Der soll erstmal hierbleiben. Komm. Püppi, komm. Noch ein Stück. So macht das keinen Sinn. Püppi, komm. Steh jetzt. Hallo. Der Ring ist doch komplett neu. Wo willst du hin? Da ist der Strick jetzt auch. Ja, voll gut. Ich hab einmal abgeräumt. Ich muss noch Kamera-Akku wegziehen. Ach so. Wenn dann. Anne. Dann bin ich noch mal. Ja? Ja. Ja, ganz gut. Plan wurde jetzt geändert. Das war aber durch einen Winterhalter. War ich schon mal mit einem anderen Ding der Halle? Nein. Nein. Was ist denn hier so schön? Was soll ich denn erleben? Oh, danke, Rudi von euch. Ich weiß nicht, dass ich immer so lange hatte. Ich fand schon immer ganz anders. Ich nehme den hier wieder von euch. Ah, okay. Was ist das eine oder hat sie jetzt mehr denn nicht gemacht? War einer, aber sie hat sich vorher sehr konzentriert diesen einen zu machen. Okay, machen wir nochmal. Oder Miri, der wird so knapp einen, wird es sich jetzt langsam haben. Nein. Noch nicht? Ich glaube, der ist nur gerade so weit. Der hat sich, der macht sich noch so groß. Der ist etwas über 1,60 Meter. Oh, etwas über 1,60 Meter. Der war doch schöner. Ja, der war schön. Ui. Also etwas über 1,60 Meter. Er ist nur, er wirkt immer so groß, der kleine Mann. Eine Piorette? Eine Piorette. Und dann? Ich frage mich so, wie ich Filmen und Fotografieren gleichzeitig machen soll. Ist da denn jemand im Stall? Laura? 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 Laura, nicht anwesend. Ich guck mal gerade. Weil, ähm, ich muss da mit zoomen. Das ist nämlich dein Krippen. Ich guck mal. Ja. Das ist ja seltsam. Viel zu viel besser. Wünschen. Ich suche jetzt fast die Wünschliste aus. Wir sammeln jetzt... Was haben wir denn? Oh ne, dann machen wir was anderes. Warte. Wir leben... Wir leben... Nein, die... Dann nehmen wir... Wir haben jetzt schwarzen Pantanen. Was haben wir denn? Wir sammeln jetzt ne Löwen. Babypüchschen. Das haben wir auch schon. Ah! Ihr hattet ja alles schon. Ja, deshalb sag ich ja. Habt ihr das schon? Ne, dann nehmen wir das. Pantanen und Schlange. Nein, Pantanen. Wir sammeln... Wir sammeln das da. Diese Herzen. Wir sammeln jetzt Herzen. Wir sammeln ganz viele Herzen für Miri. Für Miri und die Frau. Miri, Achtung! Hier hinten ist die Katze. Nur zur Info, ja? Hier hinten ist die Katze. Nur zur Info. Ja, ich meine ja nur zur Not. Boah, das sieht so geil aus. Oh, da kommen die ersten Herzen. Danke, Leona! Na, alle Halt! Bereit! Boah, das sieht so schön aus. Geil! Ich bin voll die coolen Aufnahmen. Ab! Er macht das immer an der richtigen Stelle. Ja, da hört sich richtig voll. Dann gut hören wir mal, ob sie auch passt, ne? Und dann weiter schauen. Das ist ein R. Das siehst du? Das ist ein R. Ja, der ist hell genug. Ey, der Fuchs verfuckt, der ist super, ne? Ja, der ist hell genug. Also, ich glaube, ich gebe noch gute Spät. Ich weiß, morgen oder so. Geht ihr morgen noch? Nee. Sie müssen sich das eigentlich freuen? Äh, wir haben schon wieder zwei neue seitdem. Ich geh die Hand. Jetzt haben wir Meerschweinchen. Komm! Raus mit dem Meerschweinchen für das süße Meerschweinchen hier in der Hale. Ha, 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 ha! Steh dir Mama hinterher! Gibt's wieder an? Nee, siehst du? Das ist ja so ein Basiker drin. Oder ist der Akku leer? So. Ja, der Akku ist leer. Und das Ding vielleicht sollten wir uns ausmachen. Weil das hier knickt uns jetzt auch gleich zusammen. So. 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 So.